Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt nicht mehr auf Keiter, Jodl, Krips oder Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Dass sie es wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinst ich das einfach getrunken? Der Militär hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen! Nie das verrestige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich stand Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur verhindert! Es hat mich gegen nur ein Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um Jahre alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie ein Verrachter, will ich! Doch habe ich allein, allein aus mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Einfallen an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat gehübt der deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlt! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich das Weg bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich der Fall dich! Er jagt mich mit einem Kugel durch den Kopf! Ich bin ein Teil von Ihnen, Journey! Ich bin ein Teil von Ihnen! 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 Die Ohr-Ingeluske! werden Sie sich das möglich in der Unischung. Die Ohr-Ingeluske-Luzke-Luzke-Luzke-Luzke-Telle Bis zum nächsten Mal.